Hast du meinen Lippenstift geklaut? Was ist das? Lubrikant Easy Anal Das ist ja eklig Wie kommt das in unser Auto? Schöner Frau wie Sie Nicht gut, weil alleine Warst du bei einer Nutte? Also bitte Sag mal, was spielst du eigentlich? Doch, ich habe nichts gemerkt Kennst du mich noch? Mann mit Sandwich, ja? Ja Ich gebe Ihnen 200 Handen, das ist willkommen Ja, was passiert, wenn du dann hier Männern bist? Was denkst du?